Sie ist cool, stark und sieht vor allem eins nicht aus, wie knapp 50 Jahre alt. Das mag auch an Simone Thomalers Beziehung zu dem 19 Jahre jüngeren Handballstar Silvio Heinevetter liegen. Er begleitet sie nicht zum J-Brand-Cocktail in Berlin, er spielt gerade bei der Weltmeisterschaft in Katar. Keine seltene Situation für das Paar, das mit dieser Distanz aber gut umgehen kann. Nein, es ist einfach ein Grundvertrauen da und keiner will den anderen ändern. Funktioniert, er ist nicht aus meiner Branche, finde ich wunderbar. Auch nach über fünf Jahren sind die beiden noch mega happy. Da könnte man ja nochmal an das Thema Nachwuchs denken. Dazu hat die Mutter der 25-jährigen Schauspielerin Sophia Thomala eine klare Meinung. Nein. Warum nicht? Weil meine Tochter jetzt mal ein Kind kriegen soll. Ich bin durch damit. Sie wollen Oma werden. Warum nicht? Wie sieht es da aus? Keine Details. Na gut, den Bauch von Sophia halten wir also im Blick. Und eins steht fest, eine schönere Oma kann der Nachwuchs gar nicht bekommen. provision financialin respondersun berechtigt agereихe. Und eins steht fest, eine schnaufe. Und eins steht fest, ein Zuonne. Vielen Dank.